Ja und willkommen zu einer Runde Minecraft TTT, also Trouble Mindful. Ähm, heute spielen wir wieder allein, denn der liebe Logitech und The Frozen Wizard haben hier wahrscheinlich, ähm, oder liegen wahrscheinlich noch im Bett. Ähm, da wir erst 10 Uhr haben und Wochenende. Ich bin vor 2 Stunden aufgewacht und ja. Ähm, wir spielen TTT wieder, weil es mir so gefallen hat und euch wahrscheinlich auch. Es hat, leider, okay. Sorry Leute, ich bin, also so gut bin ich jetzt auch noch nicht in TTT, wie ihr es schon an meiner Kamera sieht. So, ich hab einfach gar nichts, läuft bei mir. Ja, wenigstens ein Bogen. Oder ein Sniper. Naja, wenigstens ein Halsschweb. Ich bin Emma. Ja, wer auch immer da jetzt ist, das weiß ich nicht. Irgendjemand hat gerade an meiner Tür geklopft. Wo ist, oh, BP, wo ist Tester? Ja, ähm, wir folgen jetzt mal einfach den Detektiv, weil ich hab keinen Plan, wo der Tester ist. So, ähm, sorry, wir folgen ihn einfach mal und schauen, wo uns hin wird, denn der weiß wahrscheinlich, wo der Tester ist. So. Ja, ich hab schon, also ich hab den Better Sprinting mal dran. So. Ey. Alles okay. Nein, bleib weg. Mann, echt? Sorry. Oh, der hat mich einfach getötet. Ähm, mir tut's so leid, aber ich, da konnte ich jetzt auch nichts machen. Einfach wahrscheinlich ein Random Killer Detective. Eigentlich wollte ich ja nur wissen, wo der Tester ist, damit ich beweisen kann, dass ich Enno bin. Ja, wir nehmen jetzt noch mal eine Runde auf. Also, richtig unprofessionell gehen in die Lobby und gehen in eine Runde rein. Ja. Wo ich gekickt worden bin. Ähm, haben wir hier noch irgendeine? Da haben wir noch mal eine. Die gleiche von vorhin. Also, gerade eben. Ja, ähm, die letzte Folge TTT wurde von einem Abonnent von mir gewünscht, nämlich Marcy's World. Und mir hat's so gut gefallen, deswegen hab ich gedacht, ich nehm noch mal eine Runde auf. Am Anfang hab ich noch nie wirklich was von TTT gehalten. Und ich hab vorhin gesehen, da ist eine Mini-Gun oder so. Ja, jetzt sind wir runtergeflogen. Toll, da hinten ist wenigstens ein Steinschert. Und da hinten ist eine Mini-Gun. Nee, ey. So, dann holen wir uns da hinten noch die Mini-Gun. Ja, ähm, bisschen Trader. Super. Okay, irgendwie bleibt gerade alles bei mir. Okay, also hier ist irgendwie Stress angezeigt. Das ist wahrscheinlich ein Random-Killer. Jo, also den werden wir jetzt töten. Weil der weiß, dass wir ihn gesehen haben, wie er ihn getötet hat. Deswegen haben wir ihn getötet. So, irgendwie... Ah. Nee. Okay. Irgendwie wird's nicht angezeigt, dass ich ihn getötet hab. Oder dass ich überhaupt Karma krieg. Naja, es lebt grad ein bisschen. Ist mir aufgefallen. Oder? Ja. So, dann holen wir uns den hier unten. So, dann haben wir uns den auch geholt. Ähm. Hey, alles okay. Wir sind... Team. Oh mein Gott. Den hab ich jetzt nicht gesehen. Shit. Ich bin ein toter Mensch. Leute, das war jetzt richtig behindert. Ich renn erst mal weg. Oh mein Gott. Es kommt mir grad so vor, als ob ich... So. Dann hol ich mir ein Medipack. Noch einen. Würde ich mal sagen. Wir sind... Also, irgendwie sind wir grad sehr stressig. Also, die haben uns auf jeden Fall entdeckt. Das sind wir Traitor sind. Deswegen holen wir erst schon ab. Oh, ich bin der Letzte. Nein. Ich geh in den Tester. Ich geh in den Tester. Ich geh in den Tester. Damit die merken, dass ich kein Traitor bin. So. Ach nee. Okay, das war das Falsche bei der letzten Runde. Oh, ab. Okay, dann muss ich ihn jetzt wohl töten. Ja, okay. Ähm, ähm, ja. Das war eine coole Runde, denn wir waren bestimmt ein paar getötet. Deswegen brauchen wir jetzt mal GG. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Das haben wir zwar nicht gewonnen, wie in den letzten Runden, aber man kann natürlich auch mal ein paar Failrunden aufnehmen. Ähm, ja. Viel Spaß noch euch mit dem Video. Oder eigentlich ist ja es für euch zu Ende. Und es wird bei euch jetzt dann Rund sein, also um 11. Und dann kommt vielleicht heute Mittag noch eins. Da ich jetzt auch nicht so viel Zeit hab. Heute. Aber vielleicht kommt heute Mittag noch kurz eins. Und ja. Ja, aber mit jemand anders. Nämlich den Logitech oder The Floss and Results. Je nachdem, ob einer von denen noch ankommen will. Ähm, ja. Also dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann bis dann.